Hallihallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren saftigen Folge Minecraft Bad Wars. Schaut gerne in die Beschreibung, da ist der tolle Comic-Verlink, den ihr hier sehen könnt und bewertet den Part. So, jetzt zieh ich erstmal meine Haare aus, packe das Buch weg und dreh mich zur Seite. Aufnahme aktiviert. Wow. Und da sind meine Haare auch wieder da. So, der Server hatte ganz komische Probleme. Falls ihr genauestens versteht, was da passiert ist, bitte erklärt es mir. Denn nicht nur Hypixel war down, Gomme war auch irgendwie down und hatte Probleme und noch ein paar andere Server. Ich verstehe nicht, was da los war. Ganz, ganz merkwürdige Story. Gott, was mache ich denn jetzt? Achso, ich hatte in den letzten Folgen ein Wort zensiert und ja, das war Bettwanze, weil ich am Anfang gesagt habe, dass ich jetzt in der Folge eine Bettwanze benutzen möchte und ich habe es auch mal vergessen. Über den Part hinweg. Ja, und das wollt ihr euch dann einfach nicht antun. Das ist ja auch ein bisschen frech, ne? Und weil das bei Bad Wars auch ganz oft passiert, ich habe das zwar schon mal erwähnt, aber ich mache es nochmal, wenn ich nicht blinzle, hier, dann tue ich es auch nicht in echt. Ich bin scheinbar so konzentriert in Bad Wars, dass ich vergesse, meine Augen zu benutzen. Hätte er... Oh. Der ist einfach weg. Hä? What? Oh mein Gott, was machst du denn in der Base? Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Warum hat er nichts getan? Hä? Warum hat er denn nichts getan? Egal. Komm ruhig. Komm. Trau dich. Hallo. Hä? Was machst du? Oh man, der hat jetzt so tollen Kram. Der bringt mich bestimmt um, der Junge. Äh, das will ich aber nicht. Ist er noch da drin? Also den habe ich nicht ganz verstanden. Damit hat er mich einfach ausgedribbelt. Ein paar Blöcke. Dann warte ich eben noch. Oh ja, er kommt. Ja, komm hier, Schuss. Oh nein. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Bitte, bitte, bitte. Komm. Gut. Eisenschwert. Sehr schön. Ach so. Oh. Ich habe ihn umgebracht. Hä? Ist er denn da reinge... Das muss ich mir später aber nochmal angucken. Das war ja ein lustiger Kill. Den habe ich einfach gar nicht mitbekommen. Cool. Dann... Ne, gehe ich seinen Weg und werde mir dann darüber auch die wichtigsten Ressourcen für mein Leben besorgen. Ja. So was wie Diamanten für Schärfe und Emerald für bessere Sachen. Oh, lecker. Feuerball nochmal. Oh nein, Feuerball. Ui. Schön. Was macht der? Der chillt? Oder existiert gar nicht? Hä? Gelb. Doch, der lebt. Verstehe nicht, was der da tut. Naja. Ach, kurz mal die Nase kratzen. Geil. Ah, der war nie drüben. Ach so. Er ist... Er hatte keine Blöcke. Und wollte dann Blöcke nachkaufen. Ach so. Ich verstehe, was geschehen ist. Dann schauen wir hier nochmal rein. Was gibt es denn hier Tolles? Und ein paar Diamanten. Lecker Schmicker. Oh, nee. Da ist wer. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Das wäre sehr gemein. Noch ein paar Dias. Jetzt habe ich acht. Ja, er kommt gerade. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, was er da tut. Gut. Ich gehe einfach mal. Ich hoffe, der hat nicht zum Wegspringen. Hilfe. Gut. Oh ja, da ist er. Ich wusste es. Hallo, was machst du da? Oh nein. Na komm. Und tschüss. Tschüss, du Lappen. Hattest du was? Ich glaube nicht. Ja, gut. Das reicht ja dann, ne? Das genügt. Ich habe... Ah, nee, reicht gar nicht. Was labere ich? Was labere ich denn immer für den Müll? Toll. Mir fehlen einfach noch zwei Smaragde für das, was ich brauche. Und auch verdient habe nach diesem grandiosen Kill. Ey, aber wenn mich jetzt einer killt, der wird sich unfassbar freuen. Ich habe zwölf Diamanten und vier Emeralds. Oh, das ist gefährlich. Ich will einfach weg. Zwei Stück bitte. Danke. Und ich bin raus hier. Dann können wir richtig shoppen gehen. Oh Mann, da kann man sich einiges mit kaufen. Mal schauen. Was geht denn hier ab? Ich hätte gerne... Die Diamantrüstung. Genau. Dauerhaft. Dann Schärfe. Versteckte Rüstung. Versteckte Rüstung. Äh, Eisenschmiede, damit mehr Ressourcen in meiner Basis landen. Und dann werde ich da auch mal kurz wieder rüber gehen. Nach all der Zeit. Und... Zack. Ja, fast. 30 Gold. Was hole ich mir denn da mit? Oh. Traumverteidiger. Ui. Ein Eisengolem. Das ist ja auch lecker. Äh, Blöcke bräuchte man auch vielleicht noch ein paar. Und... Einen richtig guten Bogen. Ja. Coole Sache. Dann mache ich jetzt noch so... Oh nein, jetzt... Mein Toilettenpapier kommt an. Ja, ja. Leg einfach rein. Leg einfach rein. Ähm... Wo war ich stehen geblieben? Äh... 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 Blöcke wollte ich haben. Genau. Und noch einen Feuerball. Schön, das reicht. Ich komme... Wer lebt denn überhaupt noch? Ich bin weiß... Äh... Blau... Grün... Ja, und das war's. Oh! Wer ist denn da? Hallo, mein Freund. Äh... Was waren sie da? Oh nein. Oh ja, Fallschaden. Ja! Oh, danke für deine Emeralds, du Volltrottel! Lol! Das war aber... Das war mutig. Also, das fand ich echt cool, was er gemacht hat. Ich könnte mir jetzt ein Diaschwert kaufen. Das werde ich aber nicht tun. Ich werde mir... Ne Endeschmörl kaufen. Und dann direkt zu blau. Ja. Wandern. Das... Das ist ein guter Plan, glaube ich. Endeschmörl. Und... Goldapfel. Achso. Oh, man bräuchte vielleicht auch nochmal eine Spitzhacke oder sowas. Oh ja. Das braucht man. Zack. Eine schöne Axt. Dann werde ich mich auf den Weg machen. Mit... Äh... Unsichtbarkeit noch. Genau. Wo ist denn blau? Das ist die Frage aller Fragen. Ja, ich sehe ihn nicht. Es scheint einfach nicht zu existieren. Wo gammelt der denn ab? Da, da ist was Blaues. Da ist blau. Ja, ja. Oh, Bruder. Komm in meine Arme. Ich werde jetzt sowas von... Rein da. Porten. Gehen. Ich nix deutsch. Äh... Wo ist er denn? Ich würde ihn auch gerne einmal vorher begutachten. Vielleicht ist er jetzt auch auf dem Weg zu meiner Basis. Das weiß man nicht, ne? Oh nein. Hat er da viel. Gut, dass ich Sachen eingekauft habe. Ist er... Wo ist er? Was macht er? Kauft er noch in seiner Basis ein? Hallo? Da. Ah, ja, ja. Okay, okay, okay. Ich habe ihn gesehen. Und wenn er läuft, bekomme ich das mit. Hoffe ich. Oh mein Gott. Was macht er da? Oh Gott. Sehr gut. Unsichtbar. Und... Zack. Schon bin ich bei dir. Abbaulähmung. Der hat wahrscheinlich auch eine... Der ist runtergefallen. What? Er kauft was ein. Ne, er checkt es nicht. Ich habe dein Bett. Hä, bist du durch? Hi. Hä, ich dachte, du wärst ein guter Spieler. Was war... Was war das denn? Hä? Das habe ich überhaupt... Was ist denn jetzt mit ihm passiert? Naja. Ich hinterfrag es nicht. Ist okay. Kann man auch mal machen. Was mit dem anderen ist, habe ich auch nicht. Den habe ich irgendwie auch noch nie gesehen. Welche Farbe ist das? Ne, grün. Grün ist da hinten. Das sehe ich schon. Das ist sehr nah. Für meine Augen. Ich nehme schon mal einen Goldapfel. Einfach, damit ich mich besser fühle. Und ein bisschen mehr Leben habe. Was macht er denn? Ah, der war schon mal unterwegs in seinem Leben. Das ist ja schön. Ein Abbaul wäre ich jetzt nicht. Denn ich wüsste nicht, wofür. Oh, er ist da. Hi. Oh, er ist unten. Schön. Ja, was ist das denn? Also, ich mache mich unsichtbar. So, er sieht mich nicht. Hä? Hallo. Ey. Der Cheat. Ich habe auf eins normalerweise meine Blöcke. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen, Leute? Es tut mir leid. Ich möchte mich bei allen Zuschauern entschuldigen. Das war keine Absicht. Ich denke, das kauft ihr mir ab. Weil sowas Peinliches würde ich nicht faken. Ich wollte mich halt rüberbauen. Das war einfach ein easy win, ne? Ich hätte einfach reingekonnt. Richtig einfacher Win. Gar kein Problem. Und ich, ich mache dann sowas. Ich raff es nicht. Wo bist du denn? Wie die... Ach, ich hätte die Enderpol einfach... Ach man, ja, ist egal. Oh, da ist er ja. Hallo, Freund. Moment. Ich bin gleich da. Ich bin gleich bei dir. Oh, er sieht mich. Das freut mich sehr. Oh, hey. Hä, er geht... Stimmt, ich habe gar keinen Schwert gekauft. Er trifft mich kein Mal. Hä? Ich... Egal. Ich habe gewonnen. So, aber jetzt wollte ich ja nochmal gucken, was da am Anfang abging. Ich war weiß. So, was genau machst du denn da? Ich schaue es mir an. Er baut sich irgendwie auch so einen halben Rückweg. So, und jetzt willst du da rüber, ne? Ja, okay. Den Sprung hast du geschafft. Ich bin sehr stolz. Und dann baust du. Du willst fast bridge'n und fällst. Oh mein Gott. Ja, kein Wunder, dass ich dachte, dass er da irgendwie gammelt. Also hier hinten. Kann er damit rechnen, dass der Einblock vorher irgendwie abnippelt? Ja, da war ich komplett überrascht. Bin tot. Und... Wow. So, und jetzt wird es interessant. Er will zu mir rüber. Ich sprenge etwas weg. Und... Er wurde sogar... What? Das sieht aus, als... Als... Wäre es falsch. Hä? Ja, okay. Und? Der Feuerball kommt. Zack. Wie viel Glück kann man denn haben? Also jetzt an meiner Stelle. Hä? Ja, okay. Okay, na gut. Oh, und wir können uns doch mal gerne das Ende anschauen. Stimmt. Da komm ich. Okay. Ha, mein Moment. Nein, nicht nicht. Oh nein, ich wollte die Feuer spulen, weil er... Ich krieg Speed. Da. Oh ja, wie ich ihn wegmache. Ui. Und dann denke ich mir, oh ja, ich baue sein Bett ab. Was ein Spaß. Und jetzt. Moment. Ich will das schön genießen. Versuche ihn wegzusprengen. Es funktioniert nicht. Ich bin auch immer noch cool, unsichtbar. Und dann... Oh ja, ich baue einen Block dahin. Oh nein, das war ja die Ende-Schmörl. Upsala. Das... Ey, was ist... Un... Einfach unfassbar. Übrigens muss ich jetzt aufhören. Mit der Folge. Also nicht wundern, wenn die ein bisschen kurz ist. Ich habe jetzt einen Aufnahmetermin. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ihr könnt gerne in die Videobeschreibung gucken. Da ist der Comic. Den könnt ihr euch vorbestellen. Bewertet den Part. Bis Daniel. Euer runterfallender Schmenjuel. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.